Gruppe Schatz Hi Leute, guten Abend Wir sind heute mal wieder sportlich und gönnen uns etwas Wir spielen heute Flankyball Für alle Leute, die nicht wissen, was Flankyball ist Hier ein paar Regeln Ich wirf die Flasche Sobald er die Flasche getroffen hat, muss ich loslaufen und die Flasche wieder aufstellen Während er losläuft, trinke ich mein Bier aus Und sobald ich wieder zurückgelaufen bin Stopp Muss ich aufhören Richtig Außer ich bin fertig mit dem Trinken Dann hab ich gewonnen Wir werden, denke ich mal, zwei Bier pro Mann Ja, zwei Wer zuerst gelehrt hat, hat gewonnen Genau Aber wie ihr wisst, Sven, der kann nichts Und ja, ich mach das Rennen wieder mal Du hast beim ersten Mal verloren mit Bier trinken, also Dafür du mit dem Wasser Haha Okay Ne, das war's auch schon Und ich würde mal sagen, fangen wir an So, damit alles seinen richtigen Weg geht Schnick, schnack, schnuck, wer anfängt Ist bereit? Ja Ja, los Schnick, schnack, schnuck Schnick, schnack, schnuck Nein Schnick, schnack, schnuck Schnick, schnack, schnuck Schnick, schnack, schnuck Schnack, 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 schnack Nein, Mann, das gibt's doch nicht Ach hier, Arschloch, darfst anfangen Den nächsten hier hab ich schonmal gewonnen Los Los Nein Beide Nein Hey, hey, hey Stopp Ich friss alles in die Nase Kann's gebiert, trägt die Platur Ey, kann doch nicht sein Jetzt träg ich die Stopp Oh Mann, Mucki Hihihihi 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 Komm schon Hey, komm doch nicht oben Heihihi Hm Ich rief auch Ich rief auch Und so Stopp! Der erste Schluck ist scheiße, ne? Hey, hey, hey! Scheiße! Stopp! Fuck, wie schnell bist du? Ich bin ja fertig. Noch dreimal Treffen ist vorbei. Ja, die kippt dann wieder um. Stopp, stopp, stopp! Oh nein, nicht laufen! Oh, ich muss kratzen! Stopp! Ey, wahr, fick dich! Warte! Nein! Stopp! Einmal noch, mein Hübscher! Ja! Scheiße! Nein! Nein! Nicht nur du! Lass mich gleich rüber zu dir haben! Ja! 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 Ich will's noch bei meinem ersten Bier! Ja! Ja! Das war vorerst mal die letzte Folge von der Staffel. Jetzt kommt erstmal die Bestrafung. Und eine kleine Abkühlung, oder? Erstmal eine kleine Abkühlung. Oh! 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 Wir ziehen uns gleich! So! Hier kommt meine Bestrafung. Erstmal der Verlierer. Das ist immer gut! Ach ja! Die schöne Deko aufsitzen! Das steht dir echt! Siehst richtig sexy damit aus! So! Bin bereit! Bist du bereit? Bereit! So Sven! Weißt du denn schon in etwa, was er denn gestrafen sein könnte? Kein Stück! Guck mal, die Kiat-Manöpfscher! Hey, cool! Ein Gürtel! Ein Gürtel! Damit hau ich jetzt 20 Mal auf deinen Arm rauf! Ist das okay? Nein! Nein! Aber... Nimm dich nicht! Das ist jetzt ein Speicheln bitte! Eins! Zwei! Drei! Vier! Fünf! Sechs! Ich treff nicht! Sieben! Acht! Neun! Zehn! Ein! Boah! Neunmal darf ich noch! Hahaha! Boah! What the fuck! Ich zähl jetzt runter! Ja doch! Ich mach jetzt doch nur noch die Spitze! Ne du! Acht! Sieben! Sechs! Fünf! Vier! Drei! Zwei! Eins! Fertig! Das war ja richtig pervers! Hast du richtig? Oh! Das ist jetzt blutergüssig! Boah! Sieht doch gut aus! Boah! Boah! So! Das war's für diese Woche! Wir machen jetzt erstmal Drehpause! Ah! Genau! Erstmal im Monat Drehpause! Gucken was dann kommt! Arm vergibsten! Boah! Alles so glücklich! Boah! Boah! Hier! Blutet schon! Dinnere Ergüsse! Und krankenwagen! Hilfe! Alter! Der wäre so scheiße! Du machst ja auch immer auf die gleiche Stelle! Cool, oder? Jetzt mal hier noch ne! Ey! Abgezeugt mich auch getroffen! Hier! Guck mal! Ich krieg sogar eine leichte Blaufflecke! Ich freue mich! Wir sehen uns beim nächsten Mal! In zwei Monaten! Wir melden uns auf jeden Fall vorher! Genau! Tschüss! Tschüss!